PlayStation Cloud Streaming endlich auf der Portal. Ihr habt uns eine Menge Fragen dazu gestellt und daher haben wir noch mal alle Fragen gesammelt und werden sie euch in diesem Video beantworten. Und damit herzlich willkommen hier bei Cloud Play, eurem Kanal rund um das Thema Gaming in der Cloud. Ja und bevor wir auf eure Fragen eingehen, habe ich jetzt erstmal eine Frage an euch. Sagt man eigentlich das Portal, der Portal oder die Portal? Irgendwie geht alles drei und ich habe auch alles schon mal gemischt durcheinander angewendet. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Ding nennt. Und damit zu einer der häufigsten Fragen. Sashi fragt zum Beispiel, wenn man keine PS5 hat, geht das Cloud Gaming dann auch? Oder auch Nico Mehrmagen, kannst du das Portal auch neu einrichten, nur mit Cloud, ohne wie in deinem Video vorher bereits mit einer PS5 verbunden gewesen zu sein? Und die Antwort darauf ist, ja, ihr braucht für das Cloud Streaming auf der Portal tatsächlich keine PS5 mehr. Sony schreibt es auch in seinem offiziellen Blog. Für den Zugriff auf die Beta benötigt ihr nur folgendes, ein PlayStation Portal Remote Player, ein Konto für das PlayStation Network, eine aktive PlayStation Plus Premium Mitgliedschaft und natürlich Zugang zu einem Breitband-Internet-Wi-Fi. Marco ZW8EH fragt, habe das Kackteil gerade erst nochmal aus dem Schrank geholt und geupdatet. Das Streaming bleibt rotze wie vorher auch. Habe einer 250.000er Leitung bei Vodafone schätze, das wird das Problem sein, keine 5 Gigahertz, weil Vodafone diese Frequenz nicht freigibt. Wahr ist mein Problem. Spiele wie Final Fantasy VII Rebirth wirken sehr unscharf. Und ja, Marco, das ist tatsächlich das Problem. Ihr müsst bitte darauf achten, dass ihr eine 5 Gigahertz Verbindung bekommt. Ansonsten kann es wirklich zu massiven Qualitätseinbußen kommen. Falls ihr wirklich nur 2,4 Gigahertz habt, würde ich euch empfehlen, testweise die maximale Auflösung auf 720p zu beschränken und zu schauen, ob ihr dann die Performance für euch dann verbessert. Nurulayasa fragt, wie ist die Latenz, besser oder schlechter als Remote Play? Und auch XNashi möchte wissen, würdest du sagen, der Input-Lag ist geringer, als wenn du es bei der Portal über die PS5 streamst? Da muss ich sagen, im eigenen Netzwerk habe ich keine Unterschiede feststellen können zwischen Remote Play und Cloud Streaming. Beides funktioniert sehr, sehr gut auf dem Portal. Wenn man jedoch extern unterwegs ist, muss man schon sagen, das Cloud Streaming funktioniert bei mir sogar besser als das Remote Play. Aber das hängt natürlich immer von den Gegebenheiten ab. Schreibt mir noch gerne eure Erfahrungen dazu in die Kommentare. Technik möchte wissen, braucht bestimmt aber auch wirklich schnelles Internet. Und auch hier können wir auf den Blog von Sony zugreifen. Sony empfiehlt für Streaming bei 720p mindestens 7 Mbit per Sekunde und für Streaming bei 1080p mindestens 13 Mbit per Sekunde. Aus unserer Erfahrung kann das funktionieren bei den Bandbreiten, aber umso mehr, umso besser gilt auch hier. Richie XX möchte wissen, kann man auch neue Spiele kaufen auf das Beta bei PS Portal? Also ich weiß, was du weißt, aber die Frage ist echt strange formuliert. Mr. Good Life. Aber deine eigenen Spiele kannst du auch spielen, also siehst du die auch, wenn du auf Cloud Streaming gehst. In der bisherigen Beta kann man keine gekauften Spiele spielen. Das heißt, momentan gibt es nur eine Auswahl von PS5-Spielen, die im PS Plus Premium Katalog sind, welche auch für die Portal freigeschaltet sind. Es sind circa 200 Spiele. Ihr könnt gerne auch nochmal mein letztes Video dazu anschauen. Link in der Videobeschreibung. Da gehen wir diese Spiele alle durch. Genio One möchte auch nochmal wissen, kann man sie definitiv ohne PS5 einrichten? Genio One, ja, kann man. Und ist schon bekannt, wann gekaufte Spiele unterstützt werden. Und auch Paul Klopotec möchte wissen, wann wäre die Beta denn vorbei? Ja, und dazu haben wir leider keinerlei Informationen vorliegen. Wir wissen nicht, wie lange die Beta geht. Wir wissen nicht, ob gekaufte Spiele irgendwann zur Verfügung gestellt werden. Sony hält sich da, wie so oft, sehr bedeckt mit Informationen. Dann noch einmal Genio One. Dann ist es möglich, auch PS5-Spiele zu spielen via Cloud. Und gibt es Demon's Souls Remake für PS Plus Premium zum Streamen? Danke euch vorab. Ja, ihr könnt die PS5-Spiele spielen, die wie gesagt im PS Plus Premium Katalog sind. Die eigenen noch nicht. Und Demon's Souls Remake ist eins dieser Spiele, welches im PS Plus Premium Katalog ist. Und ihr könnt es auch auf der Portal spielen. Und es sieht wirklich absolut fantastisch aus via Cloud-Streaming. Und noch einmal Genio One. Was ich eben erfahren habe, ist, dass nur die PS5-Spiele Streamer sind. Ist das so? Ja, Genio One. Momentan sind in dem PS Plus Premium Katalog, welche auf der Portal Streamer sind, nur PS5-Titel enthalten. Unser nächster Blog an Fragen dreht sich um verfügbare Spiele. Und natürlich, wie kann es anders sein? Die häufigst gestellte Frage ist, zum Beispiel von Kaiser Resig, Fortnite mit dem neuen Update, ohne dass die PS5 andult. Ich blick da nicht durch. Auch Fabi will wissen, kein Fortnite. Und die Antwort dazu ist, nein. Fortnite könnt ihr leider noch nicht über das Cloud-Streaming spielen, aber natürlich weiterhin über den klassischen Weg. Das heißt, wenn ihr es auf der PS5 installiert habt und dann über Remote Play, könnt ihr auch außerhalb eures Hauses Fortnite auf der Portal spielen. Leider bloß noch nicht über Cloud-Streaming. Das gleiche gilt auch für Call of Duty. Kann man COD spielen, wie bei Fortnite auch. Noch nicht über das Cloud-Streaming, aber klassisch über Remote Play, wenn ihr es auf der PS5 installiert habt. Aaron, MMI, möchte wissen, hi, kann man auch GTA Online zocken? So ohne Consolo, liebe Grüße. GTA 5 ist auf jeden Fall im PS Plus Premium Katalog und es ist auch Cloud-Streambar auf der Portal. Ich bin jetzt nicht der große GTA-Spieler, aber ich habe mir sagen lassen, dass GTA Online in GTA 5 integriert ist. Und daher gilt, wie bei allen Spielen, sobald ihr das Spiel startet, könnt ihr alle Funktionen nutzen, die ihr auch klassisch auf der Konsole nutzen könnt. Also auch Multiplayer. Patrick Rickli möchte wissen, geht das Cloud in der Schweiz auch? Weiß das jemand? Ja, Patrick. Sony hat in seinem Blog über 30 Länder bekannt gegeben, in denen ihr Cloud-Streaming auch auf dem Portal nutzen könnt. Und darunter ist auch die Schweiz. Viel Spaß. Fino XGP hat noch angemerkt, dafür braucht man aber auch das Premium-Abo für 17 Euro. Und ja, das ist richtig, das teuerste Abo ist hier vonnöten, um das Cloud-Streaming zu nutzen. Ein Monat kostet 16,99 Euro, drei Monate 49,99 Euro und zwölf Monate 151,99 Euro. Sind umgerechnet ungefähr 13 Euro pro Monat, wenn ihr das Jahresabo nehmt. Und auch Yamido Edelpo hat dazu angemerkt, PS Plus Premium, nein danke, viel zu teuer. Es sollte auch mit dem normalen Abo gehen, mit den online gekauften Spielen. Bin voll für ein A-Handheld für unterwegs, aber für das teuerste Abo-Modell, nee. Ja, dazu muss man natürlich immer abwägen, was ist denn zu teuer? Ein Game Pass Ultimate ist vielleicht noch am ehesten vergleichbar, kostet auch 18 Euro pro Monat. GeForce Now kostet im einfachen Tier 11 Euro pro Monat, im teuren Tier 22 Euro pro Monat. Und da sind noch nicht mal Spiele dabei. In Amazon Luna könnt ihr für 10 Euro pro Monat euch besorgen und auch viele andere Abo-Services sind in dem Bereich unterwegs. Rückfrage dazu wäre, was wäre es euch denn wert, wenn ihr sagt, 17 Euro sind immer zu teuer, aber wie viel würdet ihr denn zahlen wollen für Cloud-Streaming plus Spielekatalog? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann auch noch zwei Anmerkungen zu einem Feature, auf das ich im letzten Video gar nicht eingegangen bin. 91 Kevin John sagt, on top ist auch das 59,84 Hertz Problem gefixt und auch Kingmo412 sagt, und keine Mikroruckler mehr. Und ihr habt natürlich recht, bisher gab es bei einigen Usern das Problem, dass kleine Mikroruckler entstanden sind, aufgrund einer Umrechnungsproblematik zwischen 59 und 60 Hertz. Und auch dieser Bug wurde jetzt gefixt. Es sieht jetzt alles butterweich aus, keine Mikroruckler sowohl im Cloud-Streaming als auch im Remote-Play. Also hier habt ihr auch nochmal eine verbesserte Streaming-Qualität. Und dann gab es natürlich noch viele Kommentare, die das bestätigt haben, was wir schon vermutet haben, dass dieses Gerät durch dieses Update jetzt wirklich erst an Sinn und Nutzen gewonnen hat. Tobi Zock sagt zum Beispiel, vor Weihnachten macht es schon Sinn, so werden die Verkäufe angekurbelt. Ich verstehe eh nicht, warum das nicht von Anfang an möglich war, aber so wurde das Gerät erst einmal interessant. Vorher war es für mich persönlich nutzlos. Stein Kardinal sagt, jetzt hat das Ding tatsächlich einen Wert für mich. Und auch Reto Schrank TV, mega danke für das Video, da wird die PS Portal dann doch noch interessant. Ja, sagt uns doch gerne mal, was ihr davon haltet. Ist es für euch jetzt auch endlich von Wert? Hat es für euch einen Nutzen? Oder sagt ihr, ach, das ist mir doch alles noch zu teuer. Da warte ich noch ein bisschen ab, bis das Ganze sich für mich eher arrangiert. Ich würde mich super freuen, wenn ihr dazu was in die Kommentare schreibt. Und damit sind wir schon am Ende unseres Q&A-Videos angekommen. Noch einmal vielen Dank für eure Fragen. Falls wir noch was für euch testen sollen, irgendwelche Spiele, irgendwelche Funktionen, schreibt es uns gerne in die Kommentare und dann machen wir das. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Bei Gefallen gerne einen Daumen oder ein Abo dalassen. Ansonsten viel Spaß bei allem, was ihr tut. Und denkt daran, the cloud will be with you always. Wast ... Wie auch ...